Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Hamburger. Ein Hamburger ist ein Softbrötchen mit verschiedenen Belegen, der in Deutschland meist als warmes Schnell- oder Fertiggericht verkauft wird. Hamburger werden hauptsächlich mit einer gegrillten Scheibe aus Rinderhack, Salat, Tomaten, Gurken und Zwiebeln belegt und bilden den Standardartikel vieler Fastfood-Ketten. Inzwischen gibt es aber auch in Restaurants Varianten des Hamburgers. Allerdings ist es ein ganz anderes Erlebnis, auch geschmacklich den Hamburger selbst zuzubereiten und zu essen. Insbesondere Kinder haben daran ihre Freude. Nebenbei lernen sie dabei, dass es Hamburger auch außerhalb von McDonald's gibt. Selbst das Brötchen kann man selbst herstellen, wenn man mag. Für vier bis sechs Personen werden folgende Zutaten benötigt. Fleisch Ein Kilogramm Rindfleisch aus der Hüfte oder Oberschale Zwei Esslöffel Butter oder Rindernierenfett Ein Esslöffel scharfer Senf Typ Dillon Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer Salz Burger Sechs bis zwölf Hamburger Buns, Sesambrötchen, weiche Sandwichbrötchen, Ciabatta-Brötchen oder Körnerbrötchen Zwei bis vier Esslöffel Tartarensauce oder Mayonnaise Zwei bis vier Esslöffel Ketchup Eins bis drei Esslöffel scharfer oder mittelscharfer Senf Eins bis zwei Kopfsalat Zwei bis vier Tomaten Eins bis zwei Zwiebeln Eins bis zwei Salzgurken oder Gewürzgurken Folgende Utensilien werden benötigt. Butterpfännchen Fleisch Wolf Holzkohlegrill, Tischgrill, Elektro, Pfanne oder Backofen Gemüsehobel Salatschleuder Frischhaltefolie Messer Schneidebrett Burgerpresse optional Zubereitung Brötchen Das Backrohr auf Grillfunktion mittlerer Stufe einstellen oder das Backrohr auf 160 Grad Celsius vorheizen, die Semmel mit kaltem Wasser einreiben, die Kruste wird besser oder man kann die Brötchen mit Wasser fein besprühen. Die Brötchen im Backofen kurz vor dem Verzehr aufbacken oder übergrillen und dann halbieren. Hamburger Das Fleisch durch den Fleischwolf drehen Die Butter im Butterpfännchen einmal aufwallen lassen und vom Feuer nehmen Das Fleisch mit Senf, Salz und Pfeffer würzen Die Butter zugeben und alle Zutaten gut vermengen Die Fleischmasse abschmecken und eventuell nachwürzen Hamburger mit der Burg erpresse oder den Händen formen Jede Schicht mit Frischhaltefolie trennen und für fünf bis sechs Stunden in den Kühlschrank geben Dieser sollte auf sehr kalt eingestellt sein, denn durch die Kühlung bekommt das Fleisch wieder eine gute Konsistenz und zerbröselt nicht gleich beim Braten Es befindet sich kein Eigelb zum Binden in der Fleischmasse Tipp Die Fleischmasse auf einer Folie gleichmäßig dünn auswählen, etwa 1 bis 1,5 cm Dann die Hamburger mit einer Schale wie Plätzchen ausstechen, so bekommt man perfekt runde Fleischparties Den Kohlegrill anfeuern Die Zwiebel mit dem Gemüsehobel dünn hobeln und ein wenig salzen, der Oxidation wägen Die Gurken mit dem Gemüsehobel in schräge Scheiben schneiden Den Salat waschen, putzen, trocken schleudern und in einzelne Blätter zupfen Die Tomaten in dünne Scheiben schneiden und auf Küchenpapier legen, damit ein wenig Feuchtigkeit aufgesogen wird Die Brötchen aus dem Ofen nehmen, kurz auskühlen lassen und aufschneiden Die Unterseite mit Tartarensauce oder Mayonnaise und die Oberseite mit Senf und Ketchup bestreichen Die Hamburger nicht zu lange braten, sie werden sehr schnell trocken Auf der Unterseite je ein Kopfsalatblatt, eine Tomatenscheibe, Gurkenscheiben und das gegrillte Fleisch geben Mit Zwiebelringen belegen und mit dem Brötchendeckel das Kunstwerk abschließen Als Beilagen eignen sich Pommes frites, Eisbergsalat, Feldsalat, gemischter Salat, insalater Mister oder Kopfsalat Ketchup, scharfer Senf aus Dillon, mittelscharfer Senf, Chili-Soße oder Mayonnaise Diese Varianten gibt es Besonders lecker wird der Hamburger, wenn man unter den Fleischteig etwas geriebenen Parmesan mischt Schwierigkeit leicht, Rezepte ohne Alkohol, Rezept des Monats, Burger, Kinderküche Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung